Hey! Hallo Leute! Willkommen zurück zu PikuNiku Coop! Ich hab grad ein bisschen so angefangen wie Super Mario. Jetzt macht der Schalter. Nein! Ich komm mal mit. Oh. Hä? Hat er mich abgeprallt? Puff! Puff Puff! Ja? Wir werden möglichst ein Problem haben. Warum? Wie kommen wir da zu dem Ball? Gute Idee. Kann man ja nicht sterben? Man kann ja nicht sterben. Interessant. Warte, man kann ja nicht sterben. Nö. Zwei! Ist ja nur abgeprallt. Tap, 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 tap. Pff! Ist das falsche Loch, Domi. Das ist dein Name falschen Loch. Meiner ist immer im richtigen Loch. Komm mal hin! Nässt du noch was? Und wie immer ist dein am falschen Loch. Geh rüber! Was machst du wenn ich einfach Gatekeeper? Was machst du dann? Ok Leute. Nächstes Mal in der Gatekeeper dann äh... Fuss ins Gesicht. Hey die meinungsgesicht und mit ihm das Gate. Domi, mach mal da auf! Komm nicht durch! Domi, mach mal Domi, mach mal Domi, Domi, hallo, Domi, hallo, Domi, hallo, danke. Halt! Die flog. Okay. Das war einfacher als erwartet. Kisten! Au! Au, Kisten! Au, Domi! Au, Kisten! Au! 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 Oh hey! Da spielt ja in jemand was. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Richtig. Ich bin da oben. Ich fülle es raus. Wuhu! Ja, was machst du, wenn ich die Gatekeeper, hä? Ich geh' mal vorbei. Ich geh' mal vorbei. Ich geh' mal vorbei. Mach' uns einen Ball! Um wieder hochzukommen, wenn man runterfällt. Das ist super ordentlich runter zu gehen. Alles was? Das ist immer kurz das Level. Ja. Ja. Also, du hast Bibi denn nicht rausbekommen aus dem Loch. Vier Minuten, das war ja nichts. Ne, das war wirklich nicht viel. Oh Gott. Hey! Geh rüber! Muss ich? Warte. Ich hab' die Idee. Gute Idee. Du bist ne Eichel. Ich will die Eichel. Eichel, Eichel. Eichel, Eichel. Eichel, Eichel. Und durchkommen. So. Ball! Hör' meinen Hund. Ich höre ihn nicht, aber die Aufnahme vielleicht. Der Hund hat gebellt. Der Aufnahme wird besser wie ich. Entschuldigung. Ja, Hundebell ist okay. Ne, ist nervig. Ja, das ist richtig. Ich bin super wert von diesem Splitscreen. Dann bist du auch der Einzige. Du bist auch der Einzige. Okay, gut. Ich hab' noch einen Ball. Ich hab' in Schaub. Ich hab' in schaub. Ich hab' in Schaub. Du vergisst das wir im Koop sind. Wichtig. Der bei ist nicht da. Wo? Ich hab' in Schaub. Da oben. Musik ist super laut hier. Ah, das ist Wappen, war. Du, 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 du.. schenke ich dir danke piste das sehe ich doch nein warum der pilz ok welches brauchen wir schon nicht trotz im kontext habe ich nach drei versuchen nach einem raum herz wer hätte das gedacht wie im hauptspiel ich bin einfach da hoch so ein secret guck halt nicht nach die politik aus die so laut Geile Sorgen, es ist vorbei! Die ersten Level waren super lang. Und jetzt? Und jetzt? Nichts mehr. Ich mag langen Level. Ich mag auch die langen Larry. Ey, jetzt hab ich das Grüne. Ich komm mal runter, okay. Oh shit. Der hängt mich ab. Der ist auf den Wolken. Der schummelt. Und deswegen schließe ich mich Mario Kart gegen den. Das ist eine Schummelpude. Wenn ich schummel. Da war ein schwarzes Auto wieder. Komm ich verkackt gerade. Was machst du da? Oh, ich das schwarze Auto. Da, 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 da. Da, 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 da. Wisst ihr jetzt was es ist? Es kommt von diesem Dark Souls Video. Das ist Take on me for... Aha. Sag ich doch. Und es ist in diesem einen Dark Souls Video, was, äh, ihr so super lustig finden. Das ist das Dark Souls Video with your buddies. Genau. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist ein Knopf. Und den Knopf drücken. Hä? Hä? Das ist ein Schwachsinn. Hä? Ich mach das mal auf die richtige Weise. Nicht wie der Herr Domi. Ich mach alles auf die richtige Weise. Oh, jetzt lauter nicht. Ohhhh. Was ist ein Fuck-Auto? Och. Der Akku ist nicht voll, wenn man einsteigt. Das hab ich jetzt gelernt. Ich weiß. Oh mein Gott. Ich kann nicht, ich kann nicht rauskommen. Ich bin doch da. Spring. Was macht denn der? Nein. Oh mein Gott. Darfst du jetzt mal stehen, Auto? Bitte? Nein! Und dann sollst du den Knopf drücken. Aber das ist wieder der Anfänger. Das, was ich gemacht habe, ist für Anfänger. Das ist ein Problem. Ich werde keinen Schritt zu viel fahren hier. Vergehen. Ich sag, wir brauchen das Auto noch. Ich sag, wir brauchen das Auto noch. Äh, ne! Kann ich nicht kicken im Auto. ja ich kann nicht ich brauche 2 für oben ich brauche dich hier was hat er nicht hoch ich gar nicht die fässer vom rand weg glück kann sie aber hoch springen von ihr jetzt bist du stag zwei bauern sie warte was ist da achte man die fesse drin ich wollte ein auto das war da gerade links wo kommen wir da hoch obwohl das ist nicht das hat es gebracht ich bin wir sinken wir sinken wir bewegen uns oder der weiße denn 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 ich habe wunderschöne kattige kattige aber das übergehen dass wir jetzt wieder super lang das gehen wir verlängern eine autostelle nein du hast nur dreiviertel stunde an der einstelle mit dem auto gebrauchten ich schwöre wir müssen nicht da hoch da ist ein riesenball wir müssen da hoch ich glaube nicht ich weiß nicht das ist ein bisschen hier ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht dass das ein riesenball ist ich auch hochkicken können und Ballons sollen wir Luftballon klauen am Luftballon gratis tag ja was machst du da kipp mich kipp mich ja dann dann gehe ich da hoch der hat ein starker Wind hier ich siehe doch mal nicht das an ich will da rüber gucken hier drüben waren wir ja ich will da hoch und dann nach links schauen schwing nach rechts nach links links ist nichts da ist was die secret sind nicht besonders secret hier du bist nicht so dass sie gut hier kann man das spiel doch allein ich brauche dann hilfe nein das ist gesehen ich habe ich mal kurz an der ecke stack dann läuft er zurück wir müssen darüber da würde ich von anfang an hin so ja würde ich gerne das ist aber liegen was machst du denn das ist ein dummer kaktus das überliegen was bist du rund ich bin drauf das mit diesem verkackten kaktus aber das geht auch so ja da ist eine pflanze die pflanze berühren wir werden da niemals rüber kommen ich habe die pflanze berühren wir hatten hier schon eine trophäe in dem level oder ja wir brauchen was wir darauf legen können ich würde dich nehmen du bist wahrscheinlich fett genug aber ich bin leider an ich daran festgekettet noch einmal war es richtig nein 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 es ist zu weit das ist eine wolke jetzt kommen wir nicht hier hoch was machst du denn hier kommt auf die wolke denkt nicht mehr dran wenn du das kaktus holen der reicht uns nicht zu machen zwei das ist ein kaktus gerade aus der atmosphäre gerissen der kaktus reicht nicht ich weiß eine muss oder rüber du machst das das reicht klar reicht das keine übertriebene gewalt hier und gar nicht gegen kaktus hm er ist zum boot und dann nimmst du marken was los mit ja das ist doch eine seillänge mit der man leben kann auf geht's wir fahren jetzt ja wir haben die level fast durch oder weiß ich nicht was steht und auch wir sind im letzten ich habe ihn mein ich habe ihn mein ich habe ihn zurück ich bedürfe ich habe ihn muss ok hebel zurück ok und jetzt ich will noch mal ich würde oben reingucken ob das ist glückes rein da ist nichts cool also weitergegangen bist ohne mich was ja unvorstellbar wäre ja wie soll das funktionieren ja du vermeiden auf der wahl das ist nicht eben da unten geht ich dachte auch ja Ja, danke, Ball. Ich hatte ohne Ball. Habe ich den Ball? Bestimmt. Ach ja, es geht auch. Tommy hättest du nicht gleich anhalten können? Klar, aber es wäre nicht so lustig. Oh Gott, der Ball. Den sehen wir nie wieder. Ich hole ihn. Ich sehe schon. Ich höre mal den Ball. Den Ball sehen wir nie wieder. Mach dir keine Hoffnung. Der Ball ist weg. Future is now. Wow. Hier geht es nicht weiter. Das ist ein Easter Egg. Ich sehe es spielte selber. Ja. Hier ist nicht Domi. Der Vorsitzende wird ein Spiel geben, in dem die Easter Eggs einfach nur bemalte Eier sind. Das wäre ein Schokoeier. Normale. Vielleicht sind wir nicht mal bemalte Schokoeier. Das ist ein ziemlich langweilig. Das ist ein Shit. Guck mal, Ohrstäbchen. Du bist ein Ohrstäbchen. Nein, ich bin viel zu groß dafür. Tommy, kann ich damit hochholen? Das ist aber auch so hoch. Tommy, bleib einfach stehen. ich habe hier der schalter ich habe noch den hebel da oben ja dann hebel mal ich hier ganz einfach den ball balancieren ich weiß dass du deinen stick nicht bewegst ich balanziere auf dem ich glaube ich muss den kopf noch einmal festhalten in einer ball reinschmeißen hier wird auch beide oder die beiden zweitmal ich will meine zweite ist meine idee mit meinen bellen drin ich will auch ich bin hier mit meinem ball drin ich bin mit meinem ball zurück ich bin mit meinen bellen boah leute seid ihr dumm oder was so viel gewaltige inkompetenz auf einem haufen sein siehste inkompetenz nennt ihr das habt ihr gesehen wie synchron das war ich hab's da oben gesehen ich komm hier da hoch wir müssen uns time da hoch zu kicken was machst du da unten ok lass ich dachte ich hab irgendwo eine druckplatte versteckt achso ich guck mir erst mal da rüber ich krieg mir da was z.B. sowas hä dreht das aber an manchmal nicht funktioniert ich hasse übrigens diese greifhagen die du in spiel mit irgendwie berühren also mit der taste erreichen musst und die taste einfach das zeug nicht erreicht das passiert so oft so nervig der gerade eben auch ja da sehe ich mich nein nein ich dissitiere mich davon ich hoffe in deinen bellen zu spielen und helf mir ich versuche dir dabei zu helfen direkt mit meinen bellen zu spielen ich überleg mir eine lösung während ich mit meinen bellen spiele ok ich weiß Männer mögen sowas aber bitte sag mir dass wir nicht noch mehr Bälle brauchen ich muss den Knopf drücken Dominik Knopf drücken den Knopf drücken Knopf drücken den Knopf oh das viele Knöpfe sind viele so nervig wie die daraus oder sind seile nicht gesehen ich habe mir gedacht ich nehme ersten mit und hoff das passiert mit mich stritt mich los und jemals ich werde wir haben ja wochen irgendwas auch gegen den ball treten funktioniert wir müssen weiter schieben weiter schiebt okay war aber auch noch zwei da ist einer wenn ich nicht so stimmt müssen bitte nicht noch weit weg alles gut okay 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 pass auf du springst und ich trete den ball okay okay die sind so dumm also wo war ich gerade was ist gerade passiert pass mal auf stell dich mal auf diesen schalter ich habe noch eine idee und ich kipp mich mal hoch der auf den schalter kann doch noch mal Hör dich da kichern? Nein. Oh Gott, du hast alles kaputt. Oh ne, mehr Seile. Nein, Bälle wird die Seile, das ist weniger geworden. Boah, das wird interessant. Wieso pounzen die nicht ab? Ich gehe da nicht runter, ok? Das ist ok für mich. Für die Wissenschaft! Ich bin stolz auf dich. So, wo es hier ist. Ja, hab ich gefeucht. Boah, man. Wollen wir auf den Dummy warten, das ist unglaublich. Bin ich normalerweise der Erste in jedem Ziel? Wer ist im Ziel und wer nicht? Wie hinhocken zählt. Ja. Brex Gamel. High five. Wir sind alle durch. Jetzt haben wir da unten nur noch diese Dumme. Äh, nur noch dieses Hausspiel. Wieso auch immer du Gamepad 3, warum ich bei dir Gamepad 3 bin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich gerade verwechselt. Yeah! Yeah! Können wir das bitte nicht so machen? Wie? Ich liebe es übrigens, dass du nicht über diesen Ball drüber springen kannst, wenn er von dir wegrollt. Yeah! Woo! Yeah! Woo! Ich habe eine coole Wolke! Ich hasse dieses Spiel. Ich auch. Ich hasse es jetzt schon. Yeah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe den Winkel. Weil ich manchmal denke, jetzt kicke ich ihn gerade gegen den Bounce Teil und dann kicken sie nach oben. So, wie bei dir. Oh Gott. Oh, das ist alles störend. Oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel. Gott sei Dank ist es vorbei. Wir haben beide einmal gewonnen, beide einmal verloren. Ja, wir sind fertig mit der Pico, Pico, Pico Niko. Ja, ich war Pico, ich war Niko. Zusammen war mit Pico Niko. Und jetzt ist Pico Niko vorbei. Wir können ein neues Display starten. Endlich. Endlich. Wenn es euch gefallen gibt, gibt es ein Spiel selber oder auch nicht. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschau, tschau. Tschüss. Bis wieder. Bis zum nächsten Mal.